Musik Mein Name ist Johansen und mein Urgroßvater gründete dieses Unternehmen 1878, also rund vor 130 Jahren. Nicht hier in der Marienstraße, sondern im Hof bei der Union Bank. Musik Übrig geblieben sind wir seit 1999 als einziges traditionelles Rumhaus und liefern den hiesigen Markt mit Rum und Aquavit. Musik Also das ist jetzt ein recht junger Whisky, der ist gedacht für die Cola. Musik 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 Musik